ich begrüße dich ganz herzlich hier auf dem youtube channel der ams firmengruppe zu unserem video das wir am 18.02.2024 hochladen und wenn du unseren kanal hier schon länger verfolgst dann fällt dir vielleicht auf dass die beleuchtung heute etwas anders ist wir haben zwei zusätzliche lampen rechts und links besorgt um das set hier besser auszuleuchten schreibt doch gerne mal in die kommentare wie dir das gefällt oder ob wir das noch mal ändern sollen vielleicht etwas dunkler einstellen sollen neulich hatte ich ein deja vu erlebnis während ich einen artikel bei focus online las da dachte ich das hast du doch vor vielen jahren schon mal genau so gelesen und richtig vor gut zehn jahren war die situation genauso es hat sich offensichtlich nichts geändert und nichts verbessert die aktuelle überschrift des artikels lautet nur auf rang 15 arme schlucker europas eu vergleich zeigt wie wenig vermögen die deutschen haben ich habe doch den artikel vom 9 4 2013 gefunden den ich im kopf hatte aus der frankfurter allgemeinen zeitung und die überschrift lautete damals deutsche sind die ärmsten im euro raum offensichtlich hat sich also wenig geändert an der im vergleich schlechten vermögenssituation der privaten haushalte hier in deutschland wenn ich dann aussagen von politikerinnen oder politikern höre dass wir ein reiches land sind und uns dieses und jenes leisten können energiewende höhere steuern und so weiter denke ich immer lesen die politiker die statistiken eigentlich richtig oder werden fakten ignoriert in diesem video schauen wir uns kurz die gründe dafür an warum die bürger anderer europäischer länder so viel vermögender sind als wir denn daraus können wir rückschlüsse ziehen wie wir unser geld anlegen sollten und mit welchen anlageklassen wir unser vermögen effektiver ausbauen könnten dabei ist natürlich auch der vergleich der aktuellen situation mit 2013 interessant und ob sich gründe für das relativ geringe vermögen deutscher haushalte im laufe der jahre verschoben haben wenn dich solche recherchen und unsere rückschlüsse daraus interessieren dann gibt diese video doch jetzt ein like damit auch andere es angezeigt bekommen und abonniere gern unseren kanal zuerst mal zur aktuellen situation die europäische zentralbank hat die vermögen in den einzelnen eu-ländern verglichen dabei ist für deutschland ein zentralwert der sogenannte median von 106.000 euro herausgekommen das ist der wert der genau in der mitte steht wenn man die vermögen jedes einzelnen haushalts in deutschland der höhe nach sortiert wobei hier natürlich nicht jeder haushalt gefragt wurde sondern eine repräsentative auswahl das heißt die hälfte der vermögen liegt darüber und die andere hälfte darunter wenn es um die statistische verteilung von vermögen und einkommen geht wird der median öfter verwendet als der durchschnittswert weil es bei einkommen und vermögen sehr hohe ausreißer gibt und diese hohen werte am ende der verteilung dazu neigen den durchschnitt von der mitte weg zu verschieben der median beschreibt das zentrum der verteilung dann in dem fall einfach besser mit dem median vermögenswert von 106.000 euro liegen wir auf platz 15 von 20 ländern in europa deshalb auch die überschrift arme schlucker europas absoluter spitzenreiter ist luxemburg mit einem median von 739.000 euro sicherlich ein ausreißer nach oben aber auf platz drei findet sich zum beispiel irland mit 315.000 euro das ist fast das dreifache des deutschen wertes und auch die haushalte in belgien mit 277.000 und den niederland mit 229.000 sind wesentlich vermögender selbst haushalte in spanien 197.000 euro und italien 161.000 euro besitzen wesentlich mehr vermögen beides länder deren schuldenquote oder quoten offiziell wesentlich höher sind als die deutsche und die im rahmen der eu wesentlich weniger zum beitragsaufkommen beitragen als die deutschen steuerzahler denn deutschland ist der größte nettozahler der eu während beispielsweise belgien spanien und sogar luxemburg mehr geld von der eu erhalten als sie einzahlen vielleicht sollten wir nicht nur über die vermögensverteilung in deutschland und die besteuerung der vermögen sprechen sondern auch die europäische verteilung in den blick nehmen aber ich will jetzt nicht zu politisch werden hier wir wollen ja rückschlüsse für unseren effektiven vermögensaufbau ziehen übrigens das ist noch ganz interessant ist in der pressebeteiligung der ezb vom 8 januar 2024 zu lesen dass die vermögensungleichheit zwar natürlich immer noch vorhanden ist aber in den letzten fünf jahren leicht gesunken ist die schere zwischen arm und reich ging also entgegen politischer behauptungen nicht weiter auseinander gründe für die starken unterschiede bei der vermögensentwicklung werden in der pressebeteiligung der ezb ebenfalls genannt hier wird ausgeführt dass ich das nettovermögen der privaten haushalte im euro raum in den letzten fünf jahren insgesamt um 29 prozent gesteigert haben habe und dass der vermögenszuwachs bei haushalten mit wohneigentum wesentlich stärker war als bei den übrigen haushalten die haushalte die sich immobilien bzw eine immobilienfinanzierung leisten konnten haben in den letzten fünf jahren 27 prozent vermögenszuwachs verzeichnen können während haushalte ohne immobilien nur in anführungsstrichen 17 prozent dazu gewonnen haben die zahlen der untersuchung sind einige monate alt so dass ich die preisrückgänge bei immobilien wegen der zinserhöhung noch nicht komplett in den zahlen zeigen dass nur hier der vollständigkeit halber und damit wird dann auch ein wesentlicher grund klar warum deutschland beim vermögen im europäischen vergleich so weit hinterher hinkt denn wir haben hierzulande die niedrigste wohneigentumsquote in europa die deutschen sind eine mieternation in der nur circa 42 bis 44 prozent die werte gehen etwas auseinander im eigentum wohnen woran liegt das unter anderem an dem starken mieterschutz in deutschland und dem im europäischen vergleich günstigen mietpreisen im vergleich zum kauf einer immobilie mieten ist vielerorts günstiger als kaufen obwohl wir als ams firmengruppe stark daran arbeiten seit vielen jahren liegt die quote der haushalte die immobilieneigentum haben selbst genutzt oder und vermietet unter 50 prozent insofern haben große teile der bevölkerung bei uns nicht von den preissteigerungen bei immobilien in den letzten zehn jahren profitiert anders als in anderen ländern europas wo die eigentumsquoten wesentlich höher sind teilweise 80 bis 90 prozent und das ist eben ein wesentlicher grund warum die vermögen dort so viel höher sind als bei uns neben den preissteigerungen bei immobilien sind haushalte mit immobilieneigentum auch vermögender weil sie zum sparen das heißt zur tilgung gezwungen werden dieser effekt des sparzwangs so nenne ich es mal bei immobilien wurde in der vergangenheit immer wieder untersucht und bestätigt daran hat sich bis heute nichts geändert von diesem effekt können nicht nur eigentümer profitieren die selbst im objekt wohnen meist werden die in den veröffentlichungen genannt sondern es profitieren natürlich auch alle vermieter von diesem erzwungenen spareffekt und vermieter können selbst auch mieter sein das heißt auch als mieter hast du die möglichkeit in immobilien zu investieren wenn also die vielen mieter in deutschland ihrerseits wenigstens so viel sparen würden wie eigentümer und diese ersparnisse dann in immobilien investieren würden wäre auch schon viel gewonnen nicht jeder immobilieninvestor muss ja selbst im wohneigentum leben zur eigenen investition kommt dann das geld der mieter und steuerliche vorteile die das investment zum großen teil finanzieren wenn du selbst mieter bist aber interesse hast in vermietete immobilien zu investieren und so effektive vermögen aufzubauen wie in der studie gezeigt dann melde dich gern bei uns für ein kostenloses erstgespräch interessant ist jetzt sich noch mal die zahlen und begründungen des artikels aus 2013 zur vermögensentwicklung in europa anzuschauen wobei die zahlen die 2013 veröffentlicht wurden sogar aus 2010 kommen das bild ähnelt sehr stark dem aus 2023 deshalb hatte ich ja das déjà vu erlebnis deutschland war schon damals ganz hinten mit einem median von 51.000 euro beim vermögen ungefähr die hälfte des heutigen wertes von 106.000 euro luxemburg und zypern sind wieder auf den plätzen 1 und 2 wobei die zahlen damals besonders brisant waren und die veröffentlichung lange zurückgehalten wurde weil länder wie griechenland portugal und auch zypern damals milliarden euro an stabilisierungshilfen bekommen hatten steuergelder von haushalten die nicht so vermögend waren wie die der länder denen geholfen wurde als fazit bleibt also festzuhalten dass sich die vermögen in deutschland zwar nominal im median seit 2010 verdoppelt haben sich aber an der verteilung in europa nicht viel geändert hat und das nettovermögen deutscher haushalte im median nach wie vor viel niedriger ist als in den meisten anderen europäischen ländern wir sind also so gesehen kein reiches land auch wenn wir in der neuen statistik griechenland knapp überholt haben nach über zehn jahren haben wir in deutschland insgesamt gesehen also nicht viel dazugelernt wie effektiv vermögen gebildet wird dass in sachwerte investiert werden muss immer noch liegen milliarden auf sparkonten und bei versicherungsgesellschaften rörup und riester lassen grüßen und dass wir in deutschland vor allem mehr immobilieneigentümer brauchen die dann von der preisentwicklung profitieren um bei der vermögensbildung aufzuholen in europa vielleicht inspiriert dich die statistik und dieses videojahr für dich selbst lösungen zu suchen und in vermietete immobilien zu investieren um vermögen aufzubauen und ein selbstbestimmtes unabhängiges leben zu führen wir stehen dir dabei gerne für gespräche zur verfügung kontaktiere uns einfach per mail oder über unser kontaktformular uns hier bei der ams firmengruppe motiviert diese neue studie wieder weiterhin mandanten auf dem weg des vermögensaufbaus mit immobilien zu begleiten so wie es seit über 20 jahren machen so helfen wir zumindest einzelnen haushalten und familien einen unterschied zu machen mich interessiert wie du über das thema denkst sind immobilien und sachwerte eine gute lösung für uns hier in deutschland und wenn du mieter bist und noch keine immobilie hast was hat dich bisher daran gehindert in immobilien zu investieren ich bedanke mich bei dir wieder fürs zuhören und zuschauen alles gute vor allem gesundheit und bis zum nächsten video dein heiko kleischewski